Das war mein erstes Instagram-Live-Kochen. Ich sehe aus wie ein richtiger Koch, auf jeden Fall. Und es gab ein leckeres Risotto. Hier ist es. Das werden wir jetzt noch schön vernaschen. Und vielen Dank an alle Leute, die teilgenommen haben, die mitgekocht haben oder auch noch zugeschaut haben. Das werden wir auf jeden Fall nochmal wiederholen. Das hat unheimlich Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und ich sage dir mal Cheers und Prost und guten Appetit. Bis später. Ciao. Danke.